Musik Das ist die Ronja. Das ist die Ronja. Ich wohne hier im Belgischen Viertel, da stehe ich euch schon. Musik Bist du oft hier in dem Park? Ja, es liegt nämlich so oft Schnee. Das war ja einfach. Der Kind ist... Darf ich das machen? Ja, das war ich. Kannst du dich an irgendeine schöne Schneeerlebnis erinnern? Ja, in der Kindheit. Also ich bin ewig lang nicht schlitten gefahren, bis ich ein Kind hatte. Und da habe ich gerade daran gedacht, der Hügel in dem Dorf, wo ich herkomme, der hatte genau so eine Abfahrt ein bisschen länger und es ging auch so ein bisschen steil hoch und dahinter war es ein Bach. Und dann kamen wir einen heißen Bach. Und wir hatten die gerettet? Du bist selbst dann raus gekommen. Schneeerlebnis. Ja, danke. Ja, danke. Wir müssen ja eher weiter weg gehen. Oh, mein schönstes Schneeerlebnis. Das war oben in den Alpen und im Himalaya. Und überall, wo es Schnee gibt. In Patagonien, auf dem Gletscher. Und natürlich hier im Stadtgarten. Warum so weit reisen? Das schöne liegt so nah. Gut. Vielen Dank.